Willkommen zu der Folge in meinem YouTube. Ich spiele wieder dieses Meinungs-Symbolader-Blimp-Zeug und jetzt komme ich mit Dynamit-Stange. Hallo. Hä? Ich will sehen, was die macht. Ich habe die als Zweite jetzt ausgerüstet. Habe ich die jetzt nur einmalig, oder was? Probier's aus. Das wär's. Ich will das aussehen. Und dann hat sie die nur einmal. Joa, ich würd's feiern. Nick, wo bist denn du? Ich bin aufm Weg nach unten. Ah, okay. Ich kann da folgen richtig. Stell einen Timer auf 20 Sekunden. Sekunden. Okay. Jetzt kommt's. Warte, 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 warte. Ich bin da. Jetzt können gleich alle sterben. Ah, der läuft. Der läuft. Läuft. Äh. Nick, ist es denn jetzt noch da? Ja. Okay. Na dann setzt es die ganze Zeit ein. Das wär jetzt so richtig wies gewesen wär's nicht mehr da. Schafas hat jetzt so ne Cooldown und braucht halt einfach mal 10 Jahre bis... Ey, ich hab alleine durch Stein jetzt 12.000 gemacht. Weil ich 6.000 Freiche hab. Kannst du mehrere davon setzen? Naja. Das wär okay. Aber schlecht ist es nicht. Warte, wir haben's. Wie übrigens meine Sachen sind richtig cool, halt abzubauen damit. Die Frage ist, kriegst du die Sachen nur noch? Ja. Warum baut ihr euch eigentlich weiter runter? Leute! Guck mal, ich baue ein Mobil, aber ich kann das gleich aufbauen. Bis morgen. Ciao. Ciao. Warte, warum ich weiter runter baue? Weil das ist nämlich einfach alles hochjagen kann. Na, so gut wie alles. Ja, so gut wie alles. Ja, so gut wie alles. Nur wenn es in der Nähe dran hängt. Ich hab grad einen anderen Stein davor geworfen. Also Stein kann es nicht erscheinen, aber Erze. Denk dir blöd dumm, ist aber so. Hm. Aber wahrscheinlich auch nicht alle Erze, oder? Das wär ein bisschen OP. Bisher konnte ich alle damit zerlegen. Oh, Saphir. 12.000. Geil nicht. Also ich kann damit wirklich alle Erze, die ich find's zerlegen. Okay. Jetzt bin ich voll. Ich hab in meiner Meinung jetzt 117.000 plus gemacht. Mit den Dynamis. Alter. Wie hier? 117.000. Er kann halt alles mitnehmen. Durch das Dynamit im Moment. Und wie teuer ist das Dynamit? 250.000. Okay. Können wir uns abschminken, ne? Das ist kranker sein. Aber das hat er jetzt in zwei Runden drin. Ja, das ist das. Nee. Eben, langsam aber da dran, weil die ganzen Ärzte, die nicht abbauen konnten, die konnte ich jetzt abbauen. Deswegen. No. Also so viel wie ich jetzt eben gefarmte, dauert jetzt ein bisschen länger wahrscheinlich, bis ich so viel zusammen hab. Okay, nicht ganz. Da waren 90.000 Erzes, hab ich grad abgebaut. Nicht ganz. Doch, das war kommend weg gerade. Jetzt werden die Stange an die Decke. Nein, die ist wieder runtergefallen. Ich hab jetzt einfach ein neues Pet genommen, weil ich keinen Bock habe, jetzt die 16 Kohle zu farmen. Ich find die einfach nicht. Ja, wenn die Mine hier neu gemacht wird, dann such ich die wieder. Aber jetzt gerade, ich find halt einfach keine Kohle mehr. Ich muss Dinosaurierknochen finden. Ich muss auch Dinosaurierknochen finden. Welches Level sind eure Pads? Äh, mal gucken. Fünf. Ja, meins ist auch fünf und ich brauch Kohle. 16. Oh, mystical chest. Und Trainer nehmen noch ne Wunden chest, hey. Warte, ich kann doch knapp sogar selbst Obsidian damit zerstören, oder? Wehe, jetzt wird das Teil resetten und das Geld ist weg. Ah, perfekt, ich hab noch nicht fest. Jetzt können sie resetten. Ja, aber wann resetten sie, das ist halt die Frage, ne? Ich vermute mal, so alle 15 Minuten. Kann sein. Ich brauch hier was... Nein, und dieses Gebiet hier, wo dieser Steiner so tausend groß ist. Also ich will es nervig, da was abzubauen. Ja, ich bin gerade auf der zweiten oder dritten Ebene und gucke hier gerade die ganze Zeit nach diesen... Äh, äh, nach diesen Videos auch noch. Weil hier sind sie ja ungefähr. 300.000 plus, easy. Alter. Das Ding ist überhaupt nicht okay, oder so. Was gibt's denn danach? C4 wird 360.000 und dann gibt's eine Nook. Oh, lol, die Nook, ach so. Die Nook ist das Einzige, was du nicht mit den Ebenen nehmen. Wenn du auch nicht echt viel Geld kaufen kannst. Aber für... Aber wahrscheinlich kannst du mit der Nuke so ganze Ebenen hier einfach wegsprengen. Folgend, der Long-Trill kann eine Mining Power und 50 in den Speed von 30 einfach. Ein 30er Speed Game. Mein jetziger Ausrüstung ist besser als Kevin. Der hat 60 ab, aber hat 12 Speed nur. Oh, ja. Oh. Ja, in diesen Nuk ist wahrscheinlich ist es einfach... Ja, die hat 500. Dann kannst du einfach alles hochjagen. Oh, lol, nein! Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe... LOL! Ich kann bei den Mining-Smash kommen, was ist das? Wenn was... Steht hier irgendwo... Ähm... Dingens... Äh... Warte mal... Steht hier irgendwo... Ähm, welche... Seltenheit diese Pads haben? Nee... Zwinter ist noch nicht gesehen. Ich auch nicht. So, jetzt erstmal Pads entwickeln. Okay, ich hab ne neue Abbauwaffe, das Ding ist übelst krank. Alter Mining-Speed 4,22+, alter. Muss ich 4 Gold, 6 Silber... Und... Und was hast denn du für'n Patch? Äh, warte, das ist ein... Ein Yellow Bunny. Hm... Okay. Ich kaufe jetzt, ähm, mir schon wieder gleich ein neues Egg. Weil das Problem ist, dass was ich gekriegt habe, ähm... Ist halt irgendwie wieder so... Das... Das kann halt einfach genau das selbe, wie das, was ich davor hatte. Okay. Also, das ist wirklich eins zu eins das selbe. Das hier verkaufe ich denn jetzt auch. Wow! Ich hab ein Werkzeug, die Obsidian abbauen kann. Das ist aber übelst krank. Ja, und übrigens, Kevin, Obsidian lohnt sich wirklich. Da kriegst du so 100 Schaus. Und das hat jeweils 5 Kosten, das Teil. Man bekommt 100... Äh, ja... Stimmt. Dann farm ich auch meinen Obsidian so gut, weil ich einfach den TNT das hochjagen kann. Hm. Und das TNT macht genau 100 Schaden. Ja, das Problem ist halt nicht. Mario, ähm... Level das Pad, auch wenn ich das nicht, äh, equipped hab? Oh nein, ich... Äh, ne. Keine Ahnung. Ne, ich glaub nicht. Hm. Hähn... 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 Neues Abbauwerkzeug... Ah... Kannst dir aber gleich mal ein neues Pad kaufen? Äh, irgendwie so ein Legendary... Lava Stone ist einfach tausend mit wert, was? Ja, hab ich mir überlegt. Mach ich wahrscheinlich sogar... Also ich kann maximal das Annenquip kaufen, weil... Für das Epic kann ich mich nicht leisten und das Amiga auch nicht, Vater. No... Und jetzt schon der, wie kostet Dings hier, wie heißt, vom In-Game was? Vor allem, wenn es Mystical-Export hast du 100% Mystical-Chance. Ja, das kostet aber auch, äh, echt Geld. Hm. Ne, ne, nicht ganz. Wenn du gut bist, nicht. Hm. Warte, wenn du gut bist, kannst du halt wirklich selber ein Gramm schreien... Äh, das Spiel, ein Spiel machen. In was? Wenn du gut bist, kannst du so ein Spiel schreiben. Ja. 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 beaucoup,跟大家. totally! Ja. Ja. Ich hab da ja nix grosses gefürcht Ich hab auch nicht Kevin hat das wohl auch nicht bekommen Ich hab einen 50.000er bekommen Ja merkt man Ja ich hatte davor aber auch schon 50.000er Weil was ist eigentlich mit diesem ganzen Teleportgebiet Was kann man denn da alles machen eigentlich Da wollte ich jetzt grad auch mal erstmal reinschauen Join the group running away rumble to unlock this item We need to Hier brauchen wir einen Rebirth Hier brauchen wir 1.000.000 Blocks die man gemeint hat 1.2.000.000 Die Beach musst du kaufen mit Echtgeld 2 Rebirths 5 Rebirths Und 10 Rebirths Bringt dir nix Dafür musst du dich schon wiederbelebt haben Also halt Schon einmal durch gewesen sei genug verdient hast Sonst hier musst du einfach nur ne Hier braucht man einfach nur ne Na Gruppe join Ist ja nur ne Gruppe schon Ist ja die Frage wie joint man dieser Gruppe Mhm Weil ich bin ehrlich Wenn ich weiß wie das geht dann würde ich das vielleicht sogar machen Ah stimmt jetzt kann ich wieder nach Kohle suchen Erstmal an das Bett rausholen Erstmal die Beater Equip Loll Ich bin gleich schon bei der pinken Ebene Loll Ich bin gleich schon bei der pinken Ebene Erstmal so richtig schnell runter bauen Ja erstmal hier oben Kohle suchen In den Anfangszonen In den Anfangszonen Für deine Werfer Ja Ich will die auf Level 6 haben Ich finde es hier einfach unfassbar viel Scheiße noch so nebenbei Also so viel Holz drinnen und alles Ja Wo bist du auf welcher Ebene Kevin? Ich bin gleich in der schwarzen Nummer noch Also ich bin jetzt bei der äh Lera Ja ich bin gleich bei der roten jetzt Ich bin gleich bei der roten jetzt Ich bin gleich bei der roten jetzt Ich ziehe euch wie zwei Leute mit runter die ganze Zeit Die waren aber nicht so ab Die und ich habe nicht mehr Oh Mystical Chess 12.500 Ja 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 Kevin muss ja auch das zu nennen Boah ich bin jetzt einfach irgendwie nur Wundenchess Ja gut ich meine ich bin auch auf einer ganz anderen Ebene Ja Aber ich bin hier aber auch nicht das was ich finden will Oh ich habe schon 140.000 jetzt alter Mir fehlen einfach immer noch 8 Kohle Mir fehlen nur noch 100.000 dann kann ich mir das Ding auch kaufen Was kaufen? Das ist das Nikon Das ist TNT Ja 100.000 noch Wow Das ist immer noch viel zu viel für mich Ja ich guck wer äh Renz Ich werde wahrscheinlich erstmal nochmal ein Drill Upgrade Ich habe noch diesen kleinen blauen Achso Ich glaube dann das macht für mich mehr Sinn erstmal den zu upgraden Ja Als dann schon auf TNT Also ich meine es ist ja TNT wäre nicht schlecht Ja da steht aber in der Weite du musst dein Boden abbauen können irgendwie auch Ja Ja Kannst du die ganze Seite einfach TNT setzen aber Das dauert trotzdem in der Weite Ja Ja Bei deinem Bruder hat einen Spaten der Spaß Was? Ähm Nick sind wir in der Aufnahme? Ja Oh lord Ja Hi Kevin Ey Ne 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 Das ist das ist meine Gute Fühl mal eben auf K ne Get snacked Ey Komm nicht einfach runter zu mir und baue dann alles ab Das ist unfair Sorry falsches Loch Jetzt sind wir schon bei gelb Jetzt sind wir schon bei gelb Ja Oh Sel Okste Mystical Tests willst du haben? Ja würde ich gerne behalten Weil Weil das ist ja meine Grube Ähm Sie ist noch da dann check mal da oben Ui Was wo? Da oben Guck mal Guck mal da klappt das gut mit den TNT irgendwie Nein da oben ist ne Kiste Ey Sorry Ich wollte dir die Kiste lassen aber da war es zu spät Wie viel ob Wie viel baust du denn auf einmal ab wenn du die Ding auf Obsidian verwendest Das Zeug Was mein Schwitzer gemeinst du? Ich baue 66 ab wenn du 25 Nein ich mein dein TNT baut das nur eins ab oder baut das alles ab? Ne 100 baut das ab 100 Schaden macht das Ok Dann soll ich das erste aber nur eins haben Dann tust du Obsidian instant wegnehmen Ey Jetzt ist mein Bruder bei mir ey Soll der sich verpießen wie Der ist in mein Loch gesprungen Dieser Wichser Geh weg Der ist weg Nein 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 Du hast es wirklich nicht Du hast ja überall Obsidian Was mach ich gerade nicht gehindert Ihr Herren baut ja gerade ein ganz Obsidian hier ab Ja hallo für mich ist immer das lukrative geschäft ja in dem ich alles freilegung ob sich die haben wird es für eh nicht abbauen außen du hast auch das dynamit ne ich kann es auch so abbauen ja das lohnt ja und null ja leute mystical chest abgebaut ich habe die grad gesehen in dem moment habe ich dieses dynamit geworfen okay 171.000 und stone skelett oder mystical Scheiße Ich weiß nicht, wo Kevin ist, aber er läuft in Nello Bunny Ja, Yellow Bunny ist meins Ich weiß, meins heißt zwar Austro, aber... Ne, meins heißt Dummheit in Person, aber... Es ist ein Yellow Bunny Meins heißt Austro Oh, guck mal, guck mal, ein Dravite Ravite ist hier Ich will gleich mitnehmen Ravite ist ja 20.000 wert, kannst du auch mitnehmen, Alter Ja, ich kann mich damit nur einen Rucksack leisten, oder? Nö Du bist richtig glücklich und danach... Nö Okay, wir hätten jetzt noch 5.000 gefehlt, dann hätte ich mir einen mit 6.000 holen können, aber ich spare 50.000 mehr Dann hole ich mir einen mit 2.100 mehr Ich habe den mit 6.000 gerade Wann hast du irgendwie Umwege genommen zum Runtergraben? Keine Ahnung Irgendwie habe ich nur gefunden... Ah, da ist ein bisschen runtergegraben, dann bin ich einfach weitergekommen Ne, ich krab mich halt genau an den Gang runter, aber mir hat nur den Abfakt, dass immer 31 Umwege das laufen muss für manche Unterwege Ich höre die ganze Zeit Explosionen Ich höre die ganze Zeit Explosionen Ja, immer wenn ich die Herz in der Wand bin, oder? Ich glaube, ich habe eine Bombe Oh, jetzt sitzt ich bei mir, oder? Ne Der war aber schon rot, dann sitzt ich irgendwo dann hier Ich bin gerade oben am Spawn, oder? Ich bin gerade hoch Ja, ich brauche gerade eine Musical-Test ab, die brauche ich Warte, ich komme Nein, die ist wichtig... Nein, ich habe auch... Ich habe auch gerade zu klicken Ich habe das noch... Ich habe das noch... Ich habe das noch... Ich weiß eh nicht, wo du bist Ich weiß eh nicht, wo du bist Ich kann sie dir nur... Ich kann sie dir nur, dass ich dich genau in dem Moment erfunden habe, wo du ja die Kiste abbauen wolltest Aber dann ist er nicht mehr absichtlich gewesen in dem Moment Ja Oh, 185.000, das ist schon ein bisschen was Geht schon Alter, das sieht so aus, als wäre das einfach über mir Denn bist du über mir gerade? Ja, da läuft... Ja Oh, warte, ist mein... Nein Warum... Mann Oh, Musical-Tester-Sturz Mann Ah, mir fehlt nur noch... 25.000 Hey... Mann, jetzt sind wir schon bei diesem Stein, der aber 500 groß ist Ist Joule eigentlich noch da? Joule! Hallo, Joule! Der stand hier AK nämlich Da hat er so bei ihm reingesprungen Lapis Diamond, es gibt Diamanten und... Dravid muss ich jetzt formen Ach Dravid, da hatte ich eins in meiner Nähe gerade Aber jetzt bin ich schon wieder komplett woanders Bin halt mal bei Joule vorbei, ne Ich glaube eigentlich ist einer mit einem Rang drin Der pinken Ebene wieder Oder dieser dunklen roten oder lila, ich weiß nicht Was ist der? Ein Rang Ja, stimmt Und schon wieder voll Und schon wieder voll Juhu, nein Rucksack ist glaube ich glaube der Größe jetzt Wie viel hast du jetzt? 8.500 Mh Was kommt bei auf? 1.500 1.500 1.500 Weil das piept so, wie ob es eine Bombe wäre Weil das ist eigentlich ja nichts weiter als die... äh... Die Dynamit-Steine, die du eingezündet hast Ja Hallo Hallo Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz gucken Wie weit jetzt mein Pad war Oh, noch 3 Kohle, ach man Neck Mein Spott Dinosaurierknochen, jaaah Warum ist das noch nicht fertig? Was? Mein Patch Muss ich doch nicht, musst du doch abbauen, Dinger Ich finde es halt schade, dass man sehr wenig zusammen spielen kann Also ich kann es noch ein bisschen annehmen, also kannst du kein Geld weitergeben Also kannst du kein Geld weitergeben Eine unorbitale Chest 30.000 Loooo Also ich schade finde, dass du halt einfach noch nicht mal Geld weitergeben kannst und sowas Jaaaa Jaaaa Ich glaube, das wäre hier auch zu OP deswegen Weil da könnte einfach einer, der spielt euch ja, ne einfach Ein Game, der nicht viel hat Und da kann damit schon so viel anfangen Joa Ich brauche nur noch 28.000, dann habe ich dieses Kack-Dinner-Mietding da auch, ey Ich brauche noch eine Kohle, dann ist mal ein Cat-Level 6 Ich bleib nach meiner Meinung, ich habe jetzt C4 Ich glaube, ernsthaft, bevor ich diese eine Kohle finde, nochmal verkaufen muss Ich brauche jetzt 30 Copper und 20 fossilen, damit meins auf Level Oh mein Gott Nein Nick Jaa Ich finde die Kohle wird ja abgebaut im Metafon Easy Muss ich ernsthaft nochmal neu runter, diese Kohle suchen Jaa Damit ich diese scheiß Tetzle, äh, den es jetzt holen kann Wollte ich verarschen Anscheinend Ach man, jetzt bin ich viel zu weit Ah läuft's, ich gehe jetzt auch eine Sache mit Ne, doch nicht, 360.000 Geld hol ich doch nicht Ich habe ein neues Pet, ich habe jetzt ein legendäres Ich habe jetzt ein neues Pet, ich habe jetzt ein legendäres 160.000? Ne, 150, das Eier Ah Warum, warum werden wir jetzt... Alter, wie viel ich abgucken muss, ich muss 50.000 einen Teiss abbauen Warum werden wir die anderen Leute nicht mehr angezeigt, warum? Nö Bei mir wirst du noch angezeigt Ich sehe nur noch meine Stats oben Wo bist du eigentlich, in welchem Loch, äh Kevin? Irgendeins, ich bin irgendwo rein Kann wieder ganz hinten links rein, da kommst du wieder bis ganz monat zum Relanern Nö Nö, lila da... Nö, ist dort schon Irgendwo hier lang Hier ist irgendwie... Ping Nee, ich klinge kann mich dann eben so Weil das auch... Ich... 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 ich muss ja jetzt noch mal nach einem neuen Stück Kose suchen Ich finde das einfach nicht Hier ist dann irgendwie so gelb Gelb... Gelb... E... Hier einfach... Finde einfach wieder keine Kone, das ist doch scheiße Ja... Geil... Aber es ist... Das war's für die Freunde, bis zum nächsten Mal, ciao!